Hallo ihr Lieben, wir sind hier noch im Zug in Richtung Weiße Stadt. Ich bin noch nicht losgefahren, denn das möchte ich natürlich mit euch zusammen machen. Und dann drücke ich jetzt auch gleich mal hier los. Ja, super. Dann gucken wir mal, wenn wir da angekommen sind, ob wir wirklich in Empfang genommen werden. Dann hat er schön was Neues zu erzählen. Genau, erzählen wir noch ein bisschen über ihn. Kann sie mir jetzt auch noch ein bisschen was zu sich selbst erzählen? Mal gucken. Ja. Vielen Dank für den Einblick. Schauen wir mal, was Jen noch erzählt. Ich bin gespannt, was dieser Großkern wirklich ist. Jen, wenn du das sagst, dann werde ich die Stadt lieben. Ja, eine Mission. Damit kommen wir jetzt auch an, anscheinend. Immerhin ist die Stadt rund. Da kann ich mir nicht so verlaufen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Sieht schon schön aus da. Ja. Sehr gut. Ich möchte auf jeden Fall die Stadt ein bisschen erkunden. Aber erst mal die wichtigen Dinge. Ah, hier sind wir auf dem Brink of Greatness. Und zwar, du hast mich mit deinem Grimm News, Master Mayfair. Ich bin sicher, das ist der Fall, Herr. Die Knights arbeiten sehr schwer zu finden, wer ist hinter dem Attacken auf Arn Village. Ah, es ist Mesmeroth. Das Bitter-Jung warlock hat endlich entschieden, zu versuchen, die Throne von mir zu nehmen. Wir haben nicht gehört von ihm für über eine Jahrzehnte. Viele glauben, er ist tot. Nein. Er ist tot. Aber ich werde ihn wie ein Insekten. Er ist kein Spiel für mich. Ich habe diese Stadt mit meinen Händen gegründet. Ich habe ihn gegen die Dier-Folk geschehen. Ich habe ihn mit den Gästen gegründet. Und in den Nachmittag, ich habe ihn mit dem Gästen gegründet. Mit dem Grand Corps, ich bin endlich auf den ganzen Kraft der Natur für die Arkadien gegründet. Und ich habe meinen König zu dem nächsten Level. Ich habe ein wenig Hilfe von den Gästen auf dem Weg. Diese sind die legendärer Emblems der Kreuzung. Two decades ago, we humans, Auris and Gilfolk, decided to unite our powers and brought together the emblems of Sun, Earth and Ocean. These sacred emblems are divine artifacts given to each kingdom by the gods themselves. When we gathered the emblems here in the White City, little did we know that removing them from their beacons would wake a demon. An unknown dark energy gave birth to Shadow Maga, a creature that rallied direfolk armies against Arcadia. The enemy was defeated, and a new age of prosperity and peace began. For some of you, that is all you have ever known. We are facing a new threat now. It could be something far worse than direfolk. I was naive to think that the darkness would not return after we defeated Shadow Maga, but that is the reality we live in now. We must repair the damage, and suppress the power of the ones who oppose us. We must take the emblems back home. Shadow Maga were born when the emblems were removed from their pedestals. Is it your plan to return the sacred emblems to stop the Dark Army? Yes, but not only for that reason. I have already solved every riddle the emblems have to offer. We already have the power of the sun, wind, and water on our side. But my greatest creation yet, the Grand Corps, will not be completed until the emblems of creation are returned to their beacons. I want you, my most trusted knights, to take them. You will meet with Ambassador Iron Talon of the bird people, Auris, and start your journey to Perta as soon as possible. We will return the emblem, sir. But I am also concerned about the kingdom's safety regarding... You do not need to worry about Mesmeroth, Master Mayfair. When the snake shows its head, I am more than prepared. Oha. Sieht aus wie eine ganz spezielle Waffe. Und ich muss sagen, das ist echt interessant, diesmal auch dieser Ansatz. Man darf die Embleme zurückbringen, damit die Welt wieder ins Gleichgewicht kommt. Now, go on and talk to the Ambassadors, while I will visit the Knights Order and start preparing your trip. Let's meet at the Red Hering Inn in the lower town. Tell the man at the desk, that Hermit sent you. Is that clear? Haben wir verstanden. Okay, also wir treffen uns dann beim Roten Hering und, oh Gott, also das ist jetzt wirklich eine echt heftige Aufgabe. Eine starke Mission, die Embleme dann zurück zu den Urtempeln zu bringen und, ja, auch irgendwie dafür zu sorgen, dass das Unheil hier nicht weiter seinen Lauf nimmt. Aber man kennt es ja schon aus anderen Spielen, das Böse findet immer einen Weg zurück. Und ich kriege gerade auch sämtliche neue Herausforderungen. Die ploppen so rechts am Rand auf. So viele. Ich glaube, insgesamt gibt es 80. Ja, und 22 von 80 steht unten, habe ich schon abgeschlossen. Und so viele sind hier. Erteile einem Gruppenmitglied zehn Befehle. Bring das Emblem der Sonne zurück, des Ozeans, der Erde. Oh Mann, da kann man also jede Menge machen. Und hier sind die ganzen Unentdeckten. Und da ist jetzt sicherlich ein Ovo, oder? Okay, morgen früh am Hafen. Und sie gehört hier zum Meeresvolk. Sonst ist doch jemand was zu erzählen hier. Ah, mit ihm kann ich gar nicht mehr reden. Ja, ich gucke mich mal hier noch so ein bisschen um. Ja, einfach mal über den Tisch laufen. Hier ist dann auch dieser Bauplan von, ja, einer Waffe oder irgendeiner Maschine. Und hier sind noch Tafeln. Die würde ich mal eben anschauen. Arkadische Geschichte 3. Vielleicht fangen wir mit der 1 an. Moment, ich fange mal links an. Man weiß nicht viel über die Ära der Protokönige. Aber das Schicksal des Reiches von Arkadien und Gaia wurde in dieser Zeit bestimmt. König Gedas, der Wohltäter von Kunst und Wissenschaft, verließ die alte Hauptstadt und gründete die weiße Stadt an dieser Küste. Die menschlichen Reiche verbündeten sich gegen die dunklen Mächte des Düstervolks. Nun waren die einzelnen Königreiche von Sernoah, Pharoah und Arkadien ein Reich, das von den weisen Männern in der weißen Stadt regiert wurde. Ja, und dann hoffen wir, dass wir hier alle zusammen auch dafür sorgen, dass die Ordnung wieder einkehrt. Oh, eine Kiste. Ein Splitter, wieder ein Energiesplitter, Blick des Wassermanns. Und der verleiht eine mittlere Ladungserhöhung. Ja, den rüste ich auch gleich aus. Nee, nicht bei der Bombe. Kann ich den auch woanders nutzen? Moment. Kann ich den nicht irgendwie an mein Schwert ranbringen, wenn ich jetzt sage, gut, Schaden einmal entfernen und... Ach nee, geht tatsächlich nicht. Das geht wirklich nur an speziellen Items dann. Okay, Ladung. Oder halt Schaden. Ladung, ja, ich weiß es nicht. Hm. Machen wir mal Ladung. Vielleicht habe ich jetzt mehr, wobei ich eigentlich der Meinung war, ich habe unendlich viele Bomben. Und hier sind jetzt auch noch so ein paar Tafeln. Nachdem sie sich jahrhundertelang gegenseitig wie Monster behandelt hatten, verbündeten sich die Arkadier und die nichtmenschlichen Rassen von Gaia. Archimedes, einst einer der weisen Männer und nun Großregent von Arkadien, überwältigte die Düsterfolginvasion mit dem Schild von Kronos. Die Geschichte der Arkadien steht in Sternen geschrieben. Also wenn man in den Himmel schaut, dann erkennt man die Geschichte. Und hier diese große Tafel. Ich glaube, die zeigt halt die, ja, die drei Urtempel. Oh, ich würde mal kurz die Treppe noch hochlaufen. Oh, ach ne, das sind nur Lichter. Oh, hier gibt es einen Weg nach draußen. Außenbereich des Palasts. Ich bin doch gar nicht richtig rausgelaufen, oder? Ich dachte, es wäre ein Balkon. Naja. Und irgendwie ist es hier wohl windig. Zumindest hört man den Wind. Oh nein, nein, nein. Ich wollte jetzt nicht darüber. Man muss wirklich aufpassen, wo man seine Schritte hinsetzt. Auf einmal geht es bergab. Und dann hat man erst mal wieder ein Problemchen. Hier draußen ist jetzt auf den ersten Blick nichts weiter. Außer halt eine schöne Gegend, in der man ein bisschen entspannen kann. Schadet ja nicht, dass man sich hier einfach hinsetzt. Die Sonne geht, glaube ich, gerade unter. Man kann natürlich auch mutig hier übers Geländer laufen. Und einen Blick auf die Stadt werfen. Ja, und dann ist also mein Auftrag mit Botschafter Eisenfaust. Wie ist der Eisenfaust? Ich glaube schon. Mit ihm gemeinsam loszuziehen. Richtung Dschungel. Ah, hier komme ich nicht runter. Ich meine, so eine Glasscheibe ist ja auch sinnvoll. Dass man sich hier nicht einfach runterstürzt. Ach so, nee. Das sind wieder die Tafeln. Oh, da ist noch ein Schild. Da ist die Wache auch. Botschafter Eisenklaue. Nicht Eisenfaust. Eisenklaue. Alles klar. Ja, wir werden am nächsten Tag natürlich zusammen losziehen. Folge mir. Ich bringe dich zurück zum Bahnhof. Ich muss noch etwas erledigen. Ich muss nämlich das Schild lesen. Verlasteingang. Okay, jetzt kann er mich natürlich wirklich wegbringen. Okay. Liegt hier irgendwas? Was? Aber wenn ich da jetzt hinlaufe, springe ich bestimmt wieder an die Bahn, oder? Nimm einen Zug nach Senua. Nee, ich möchte ja gar nicht weg. Tatsächlich habe ich doch jetzt hoffentlich hier noch ein bisschen Zeit, um die Stadt mal anzugucken. Wenn denn die Türen aufgehen, das ist ja immer ohne Garantie. Kaum komme ich vorbei, zerstöre ich wieder alles. Aber ich brauche halt einfach Ressourcen. Was soll ich sagen? Ich mache ja auch nur die Fässer kaputt. Nichts weiter. Hallo? Redest du mit mir? Hallo, Vorreiter. Willkommen in der Weißenstadt, der großartigsten Stadt, die jemals auf Gaia erbaut wurde. Der königliche Palast ist der Mittelpunkt der Stadt. Dort lebt und arbeitet der Großregent und geniale Erfinder Archimedes. Oh, Shop. Das kann man wenigstens lesen. Hallo, hallo. Was würdest du gerne kaufen? Oho, hier kann man also sogar diese Feuersachen kaufen. Kann ich die jetzt auch kaufen oder habe ich keinen Platz? Das Objekt passt nicht in deine Tasche. Ich wünsche mir noch immer eine größere Tasche. Es wäre so toll. Wirklich. Mal gucken, was es hier noch so für Shops gibt. Gesprächig sind die hier alle nicht so richtig. Ist ja ein Automat. Sieht ja brutal aus hier. Das Gefängnis der Weißenstadt. Gucken wir, wer da im Knast sitzt. Gar keiner. Gefängnis. Ah, ich kann runter. Ich habe gedacht, das wäre jetzt einfach hier eine Zurschaustellung. Oben hängen alle drin. Aber schön, dass ich hier einfach mal rein kann. Aber ich bin Ritter und Ritter dürfen hier anscheinend alles. Moment, habe ich hier eine Leiter gesehen? Nee, nur ein anderes Gitter. Guten Tag. Weitergehen. Hey, genau dich hatte ich gehofft zu erreichen. Hast du schon mal an die Rittertafeln geschaut, die überall in Gaia aufgestellt sind? Die Leute schreiben an diese Tafeln, um die Ritterorden um Hilfe bei der Bekämpfung krimineller Machenschaften in der Region zu bitten. Gleich da drüben ist eine. Bitte sieh sie dir an. Mach ich. Verbrecherjagd. Sir Beisztseer. Gesucht. Der blutrünstige Sir Beisztseer ist dem Gefängnis in der Weißen Stadt entkommen. Besuche das Gefängnis, um weitere Details über seine Flucht und seinen vermuteten Aufenthaltsort zu erfahren. Ja, ich bin ja schon hier. Mal gucken. Erzählt mir jetzt er hier doch was? Nö, verschwinde. Ist nicht so gut gelaunt, der gute Typ. Ich bin doch hier, um zu helfen. Wahrscheinlich will der einfach nicht gestört werden. Da vorne ist noch ein Soldat. Und hier ist hier jemand? Kein Verbrecher. Sir Beisztseers unverendeter Brief. Boss, ich habe einen Weg gefunden, hier rauszukommen. Vor ein paar Tagen habe ich eine Diät begonnen und passe nun zwischen den Stangen durch. Es gibt einen schönen kleinen Hain außerhalb der Weißen Stadt in der Nähe des Tikasees und der Aquädukte. Ich werde... Und dann endet der Brief. Also in der Nähe vom Tikasee. Bring dich nicht in Schwierigkeiten. Wie geht's? Oh, du bist ja nett. Weitergehen. Ist doch nicht so nett. Warum fragt er, wie es mir geht, wenn er die Antwort nicht hören möchte? Und hier ist ein bisschen was unter Wasser. Ja, mehr ist aber jetzt hier auch nicht zu erfahren, oder? Schauen wir mal, wann wir hier irgendwie bei dem Tikasee ankommen. Wird ja dann sicherlich auch mal irgendwann soweit sein. Noch eine Münze. Schon fast tausend Goldstücke. Wir sind eine reiche Partie. Mal gucken, wie lange das hält. Und sechs Truhen gibt's hier, sehe ich gerade. Wahrscheinlich in der gesamten Stadt. Gar nicht nur hier. Ja, sechs Truhen in der gesamten Stadt. Und hallo, du bist gesprächig. Denkst du, das Palace ist das größte Gebäude in der Welt? Der Genko-Konzern ist die größte Firma in ganz Arkadien. Sie stellen alles her. Von Gummistiefeln bis hin zu Automaten. Ich habe versucht, mich für eine Stelle zu bewerben, aber ich bekomme immer dieselbe Roboterantwort. Wir stellen gerade niemanden ein. So ist es manchmal. Manchmal ist das so. Da kriegt man halt einfach keinen Job. Er möchte auch nicht mit mir reden. Sehe ich denn so fürchterlich aus? Was ist da los? Ohne Truhe. Oh. Der Schlüssel des Tech-Tüftlers. Einfach mal wieder hier in fremde Häuser rein. Schlüssel mitnehmen. Niemand hat's gesehen. Wer weiß, wo uns der noch weiterhilft. Ist hier sonst noch was? Im Gefängnis war ich schon gucken. Kann ich hier rein? Nee. Sieht auch nicht wirklich aus wie eine Tür. Oh. Dieses Gebäude war eins der Orden aller Götter. Die Magier-Gilde. Es handelte sich um eine akademische Organisation, die sich der Erforschung der zugrunde liegenden Natur eines Phänomens namens Strom der Schöpfung widmete. Die Magier-Gilde arbeitete unermüdlich daran, praktische Methoden zu entwickeln, um den Strom der Schöpfung für Experimente in der physischen Welt zu verändern. Die Zaubersprüche, die von den arkadischen Hexenmeistern und Magiern verwendet werden, waren das Ergebnis dieser Studien. Es wurden einige praktische Fortschritte gemacht, wie ewig brennende Straßenlampen, aber für die normalen Leute war Magie schon immer ein unerreichbares und ein schwer zu begreifendes Konzept. Letztendlich wurden die Magie und ihre Anwender von den Maschinen und der Technologie überschattet. Magische Lampen wurden durch Gaslampen ersetzt und die Hexenmeister und Magier zogen sich in ihre Zwillingstürme zurück. Hm. Gut, aber mehr ist hier tatsächlich nicht. Zumindest auf der Seite. Also man kann da ja natürlich noch durch die Torbögen... Oh, doch, da ist was. Auch nur eine Münze. Ich dachte schon, es gibt jetzt hier Epics. Also mit Geld kann man sich hier wirklich zuschmeißen. Aber wahrscheinlich kommt irgendwann die Zeit, wo ich keins mehr habe. Du bist nicht von hier, oder? Das ist das Bahnhofsgebiet. Und wenn du weitergehst, kommst du zur unteren Stadt. Mit ihren Essensständen, Tavernen und so weiter. Leute mit einem guten Ruf gehen dort nicht hin. Aber es könnte genau der richtige Ort für dich sein. Was soll denn das bitte heißen? Hallo? Das ist ja wohl ganz schön frisch. Habe ich keinen guten Ruf? Das finde ich ja unerhört. Daraufhin plündere ich doch gleich mal wieder die Truhe in irgendeinem fremden Haus. Und wieder eine Münze, oder? Ja. Oh, und da ist noch... Ah, nee, da ist nichts weiter. Es sah nur so aus. Hat geglitzert. Der Ofen brennt. Dann muss ich jetzt also zur unteren Stadt. Also da ist ja auch der rote Hering. Wenn ich das vorhin richtig gehört habe. Ich finde das trotzdem frech, dass sie mir unterstellt, ich hätte keinen guten Ruf. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich gehe mal kurz nach da oben. Das war aber ein hoher Sprung. Wo komme ich denn hier hin? Beziehungsweise, was ist denn hier? Da komme ich ja nicht rauf. Ich gehe einfach mal dann über die Mauer. Also hier ist irgendwie nichts. Ist das einfach nur eine Abkürzung darüber? Denn in den Bereich bin ich ja so oder so gekommen. Wer weiß, vielleicht muss ich da irgendwann dann mal... Mal lang? Ich habe auch gerade schon so einen Blutstein gesehen. Oh, und ganz viele Vasen. Das ist genau meins. Okay, ansonsten ist da unten nur Wasser. Hier noch irgendwas? Nee. Ach, Achtung. Nee, hä? Komme ich jetzt wieder hoch oder nicht? Das war ein tiefer Fall. Los, schnell zur Leiter. Hallo. Ich bin aus und sehen ins Wasser gefallen. Na toll. Und ich habe keine Wechselklamotten mit. Was halte ich denn davon? Aber ich wollte ja eh nach unten. Ist ja genau der richtige Weg hier. Habe ich gedacht, der schnappt mir hier gleich die Münze weg. Automat brauche ich jetzt nicht. Das ist eine verschlossene Tür. Nix drin. Oh, da glitzert's. Ich habe schon 1029 Münzen. Wahnsinn, wie sich das hier zusammensammelt. Aber ich gehe jetzt mal zur Markierung auf der Karte. Das ist ja sicherlich das Ziel. Oh, da liegt noch Geld. Das lasse mir nicht liegen. Hey, du. Das Leben war vor 20 Jahren völlig anders. Wir hatten weder Strom noch Terminals. Alles veränderte sich, als Archimedes damit begann, den Großkern zu bauen. Es handelt sich um eine großartige Maschine, die den Leuten unbegrenzte Energie bietet und als Kommunikationsmittel dient. Die Arbeit ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber ich frage mich, wie sich die Welt verändern wird, wenn der Großkern vollendet ist. Keine Energiesorgen mehr. Zum Hafen. Ja, ich sollte ja zum Hafen. Aber auch erst am Morgen. Und das ist der rote Hering. Ich gucke mich doch die ganze Zeit schon um. Das möchte ich auch noch ein bisschen machen. Hier kann man draußen sitzen zum Essen. Hier ist zu. Wenn man alle nicht mit mir reden. Zum Hafen. Immer noch. Oh. Endlich kann man wieder irgendwo rein. Eine grüne Truhe. Du benötigst Schlüssel der Lagerhallen-Truhe. Ah. Ja, 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 ja. Habe ich leider nicht. Ich habe einen anderen Schlüssel. Mhm. Erstmal hier irgendwelche geheimen Gänge durchforsten. Vielleicht gibt es ja auch den Schlüssel. Ah, ein Goldbeutel. Den nehme ich natürlich auch. 100 Münzen. Die schaden definitiv nicht. Da kann ich wieder zurück. Boah, da muss ich wieder zurück. Alles zerstören hier. Dann kletter ich mal hier. Wo? Ich hoffe, ihr habt noch den Durchblick. Ich nicht. Aber Hauptsache, Loot. Ein Stromkreis. Was man halt so findet. Und noch eine Kiste. Oh ja. Ein blauer Splitter. Südliche Krone. Geringe Machterhöhung. Ja. Für den Blitzzauber. Oh. Richtig cool. Ja, Splitter. Da kann ich echt noch einige gebrauchen. Ob es dann am Ende ist, dass ich vielleicht weniger Ressourcen brauche, um die einzelnen Zauber aufzuladen. Also einfach mehr Ladung habe auch. Das wäre ja auch was. Oder dass es einfach noch mehr scheppert. Okay, mal runter. Bin ich hier noch richtig? Nicht wirklich, oder? Ich war ja schon da oben. Da ging es nicht weiter. Nee, dann doch nochmal hier lang. Okay, da ist die Tür. Immer hier hoch. Da ist noch... Achso, das war die verschlossene Truhe. Hier komme ich nicht hoch, doch. Oh, wo geht es da hin? Mal schauen. Irgendein geheimer Weg. Irgendein geheimer Weg. Untertitelung des ZDF, 2020